Alter, was jetzt, was jetzt, was jetzt, boom, es war so klar, zero damage, ich habe mir ein paar Videos von Bonschwa angeguckt, und die ganze Base brennt, das kann ich auch, das kann ich auch, das kann ich auch. Ich höre die Schüsse, warte mal, ich könnte auch sagen, dass ich ein bisschen dämlich bin und die Kopfhörer die ganze Zeit falsch auffahren. Hi racist. Verstehe, eine Kampagne kann man auch unter Wasser schießen, kann man das Multiplayer nicht. Der Typ ist so krass, ich könnte fast vermeiden, der hat einen Aimbot, aber in jedem Spiel ist der so, er ist in jedem Spiel so. Guck mal, da ist Chen. Ganz vorne ist Milchbaum. Jungspund-Humor, stark ist, den verstehen wir nicht. Damals als Humor noch groß geschrieben wurde. Wieso, hingen deine Capsop-Taste oder was? Nee, war am Satz anfangen. Oh Gott, der war doch. Ich hab doch einen Schatz, Süßigkeiten, Autogrammkarten. Ihr hier seid. Sorry, ich kann keinen Kronx-Sinn. Sorry, aber ich kann keinen Kronx-Sinn. Guck mal, Milchbaum. Oha. Dieb, ne? Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Ergo, je mehr Käse, desto weniger Käse. Ach, ich krieg immer so... Oh nein, wie heißt denn das nochmal? Scheiße, wie heißt das Kackwort? Nicht das mit den Ratten, das war falsch. Hühnerhaut. Gänsehaut. Hühnerhaut? Taubehaut. Ich krieg taube Haut. Sag mal, komischer Fahrer von Kia mit dieser Maske da hinten drin. Wie groß sind eigentlich deine Eier? Okay. 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 Nein, 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 über was wird entschieden? Ich kann's ja nicht sehen, ne? Über was wird entschieden? Ihr scheiß Arschis! Ihr Blitz! Wir können einen Porno drehen. Wirst du einen Porno drehen? Dann komm und schlaf mit mir. Merkst du selber, gell? Merkst du selber. Oh, Hilfe! Hilfe! Ja! Ja! Ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt! Das ist, äh... Das ist das Endresultat davon. Diese Pappe, das ist keine Pappe! Okay. Okay. Ganz schön viel Grün in dem Zimmer. Und drumherum. Ich glaub, sie mag Grün. Danke, danke. Oh mein Gott, meine Pizza verbrennt! Ja? Äh, alle Neune! Weiß auch nicht, wie ich da draufkomme. Ich hab nicht hingeguckt. Auf das ganze Grün. Kann dir auch nicht sagen, wie ich da draufkomme. Das gibt nichts Geileres in einem geilen Game, als ein richtig schöner Hedge über die ganze Map zu treffen. Das ist echt so. Einfach so. Ja, ich bin eben nur ein bisschen am Testen. Aber vielleicht brauche ich's gar nicht. Mal gucken. Ich schau mal kurz. Ich wollte eben nur kurz was schauen. Woher? Was? Wer spricht da? Hallo? Hallo? Oh mein Gott, ja. Ich hab einen Stream offen gehabt. Die Junge bin ich jetzt erschrocht. Wer redet denn da mit mir? Vor allem dieses Ha-Ha-Ha. Glatär ist ganz schnell. Oh shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Oh mein Gott. Okay. Ja, wir haben uns okay. Ich lebe noch. Ganz ehrlich. Er hat es nicht gereicht. Ich würde da durchkrabbeln. Er hat ihn aus der Map gehauen. Er hat ihn aus der Map gehauen. Ach, den gibt's auch noch? Alter, sieht der fertig aus. Das war die Stelle. Das war die Stelle. Hörst du schon mal an die Stelle? Eltern. Eltern. Free bands. Stay high. Du kleiner Penner. Oh. Da hör ich ja gar nichts. Äh, Currywurst. Hat Tippie streamed das etwa ausgeschaltet, dass man das hören kann und man hörte einfach gar nichts. Und das ist jetzt natürlich sehr doof für die Schleps. Teil alternationszeichen 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 Teil alternationszeichen. Alter, ich find ihre Stimme echt sexy. Alter. 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 Man hörte einfach gar nichts. Diese raue Stimme. Und das ist jetzt natürlich sehr doof für die Schleps. Was? Ey, nein, staffig, hier auf! Dann zeig ich euch auch mal meine Kabel, ja? Ich mach sogar Licht an. Ich find da alles sexy, ja. Alles, was atmet. Alter 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 Ich verstehe es nicht Warum war nicht einfach In dem Fall Wenn du weißt du bist nur da In diesem Kosmos Stell doch einfach da Den Mülleimer hin Mit einer gelben Sacktüte drin Und dann mach den voll und dann kannst du gleich weg Dann musst du das nicht von A nach B Stell doch einfach da einen Mülleimer hin Habe ich mir auch schon überlegt Ob ich das mache Aber Einfach neben Ich habe gerade geguckt Ob bei mir mehr Müll rumsteht Aber tatsächlich nicht Den habe ich gestern Abend wegräumt Guckt euch das mal an Ist doch alles gelber Sack Da ist Pfand drauf wahrscheinlich Kann man doch alles 1st 2nd 3rd 4th 5 6 7 August September Ich kann nicht mehr 5 5 5 5 5 7 8 7 9 9 10 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 15 Total sus, ja. Sus. Ah, sus von Suspect. Mhm, okay, hab's verstanden, ja. Fand ich aber auch. Äh. Kathi Pult Dance.